So, was können wir denn noch auslösen? Wollen wir noch was auslösen? Fahrzeug 3 So eine angemeldete Demo? Wieso nicht, ne? Aber ich glaube, wenn wir angemeldete Demo machen Ja Hol ich mir schon mal Hier aufs Gelände 5 Über die 4 die Bereitschaftspunktzeit Weil es ist ja eine angemeldete Demo Also darf man sich auch vorbereiten Oder nicht? Oder was sagt ihr? So sehe ich das ja Ich trinke mal einen Schluck Nö, nicht, dass ihr euch wundert Was ich hier für komische Geräusche mache Ich habe einen Schluck getrunken Polraubladen Stiebdal Wo ist er? Da ist er Ich habe ja auch Es gibt ja jetzt auch so richtig geile Pläne, ne? Für Version 1.2 gibt es da so schöne Pläne Muss ich sagen, finde ich echt cool Wo ist er hin? Wo ist er denn? Ja Auf dem Weg Absetzen Nein, nicht mit der Lampe sprechen Hol sie dir Ich komme schon mal rumgefahren Sehr geil Solltest du deine Waffe auspacken? Ach, hat er Hat sie schon Ah, ich bin auch am Held Pack dich mal hier so an den Rand Kannst du direkt einladen Hier, das ist doch die Mafia Das ist doch die Mafia Was gibt's? Du hast uns ihn durchgeführt So, ab ins Hauptquartier Gut Schick So Dann warten wir jetzt mal noch auf die Bereitschaftspolizei Guck mal, die beiden hier können auch noch voll besetzt kommen Wo sind sie? Da So Sechs Ah ne Elf Neue Bereitschaftspolizisten So Sechs Ihr auch nach hier unten kommen, bitte Kommen sie jetzt alle da rausgerannt Weil wir können jeden gebrauchen Drei Sechs Neun Sechs Acht Neun Neun Perfekt So, dann los Sechs Ist das geil Ist aber ganz schön leise, ne? Die sind ganz schön leise, finde ich Was macht der da? Loll Lolli-Poli Tuck, der hat auch noch eine Däne, ne? Sein unterlegt Auf Rute 1 Ach Ich hoffe nicht, warte mal, fahren wir doch Rute 2 Ich hoffe nicht, dass die hier beide jetzt rutsch Oder fahren wir doch Rute 2 Nein, nicht beide Hm Da kommt schon die andere, äh, der Rest Ende Sechs Mann Sechs Mann P-Suit-Zieg-Versuch So Ist ja geil Zieg-Zieg-Versuch, na los Komm Na los Zurück Oder was hat er da gebrüllt? Ich hab's nicht verstanden Suizid-Versuch Ist nicht nur Ist keine gute Idee Das hatten wir doch schon mal Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin So Geh mal Knockout Person transportieren Den da Hol den da mal raus Ich will ihn ja nicht ausmocken, ne? So Komm raus hier Also auch als Hilfen und Nacken Nein Sie können die noch ausmocken Hä? Ende Mir war grad so, als hätte ich ein Feuer gehört Bin unterwegs Ich hoffe, das ist nicht echt Pfff Sobald's losgeht Weil den Einsatzort wissen wir noch nicht Wo wir hin müssen Sechs Wasserwerfer ist auch da Gefangenenwagen auch So Ich park die hier mal halbwegs ordentlich So Wasserwerfer und Gefangenenwagen ganz hinten Wasserwerfer dient uns ja bloß für den Schutz Damit wir nicht niedergeprügelt werden So Rettungsdienst ist da Ja So So Gut Dann lösen wir den jetzt mal aus Dann machen wir Einsatz Stop dazu Ja, würde ich sagen Fahrzeug 3 Fahrzeug 3 Einsatz Stop und angemeldete Demo Aufm Schulgelände, Leute Steck mal raus Kannst du Äh Ne Okay Okay Egal Dann fahren als erstes die beiden los Hin nach Dann die drei Auf geht's Und dann die beiden Ich hätte hier noch gerne Rettungswagen So zur Absicherung Festivalabsicherung Und ähm Zwei normale Streifenwagen Die Straße dicht machen Ich hoffe ich brauche nicht eingreifen Ansonsten wäre doof Wie sieht der aus? Sieht gut aus Da brauche ich bestimmt Polizeibegleitung Also hole ich mir mal Sicherheitshalber nur ein So, du kannst wieder Status 2 machen So, hier steht der Rettungswagen Wieso auch immer die gegen die Schule demonstrieren So, bleibt mal hier stehen, bitte Ende Wir sind das Volk Wir sind das Volk Ende Wir sind das Volk 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 Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ja, ich seh das Volk auch. So, du was zieh die Straßen mit dicht, bitte. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Schön, dass ihr das Volk seid. Wo ist jetzt der Gefangene Christoph? Wir sind das Volk! Das ist nicht der Gefangene Christoph, das ist der. Da ist er. Du positionierst dich hier. Wir sind das Volk! Auf dass sie Friedrich bleiben, ne? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! So. Wir sind das Volk! Ja? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ja, ich bin auch das Volk. Vierer Trupp. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Okay, und dann gehen wir da rüber hin. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und hier, das muss jetzt so lange bleiben, 6 Ertrupps, würde ich sagen, nein. Ein Trupp für 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Für 4. Ja. Wird gezählt, wird auch 6. Wir gehen auch da. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Stellt euch hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 5, 6. Und dann habe ich noch 4 zur Reserve. Das sind ja meine 4 Reserveleute oder was. Ihr stellt euch hier hin. Und ob wir direkt einsatzbereit sind, falls was passieren sollte, wovon ich nicht rausgehebe. Das ist ja eine angemeldete Demo, also was friedliches, theoretisch. Schauen wir mal dann Blaulicht aus. Das brauchen wir hier nicht. Ist nicht besonders wichtig. Wichtig ist, dass der ein hat und der hier. Der Rest ist einfach relativ. Gut, dann hätte ich gerne hier noch... Eigentlich könnten wir hier noch ein LF in Bereitstellung gehend. Boah, Alter, dieser MTW, der lässt sich doch durch. Okay, ich steh mich mal. Stell dir durch mal nach der. Du positionierst dich hier so. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Jönki! Ja, schon unterwegs. Ja, den kannst du auch dein Blaulichter machen. Also klar. Wir sind das Volk! Gut. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Die schlage ich auch nicht nieder. Ist ja eine angemeldete. Also wieso soll ich die niederschlagen, ne? Die dürfen das... Ich bin halt bloß da zum Absichern. Oder falls Ausschreitungen geschehen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Jetzt sind auch nochmal dreimal drin, ne? Wir sind das Volk! Hier hab ich noch zweimal drin. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Oh, Warnblinklichter anmachen. Wir sind das Volk! Guckst auch Warnblinklichter anmachen. Sieht einfach schöner aus, find ich. Wir sind das Volk! Warnblink. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Fahrzeug 20! Äh, kannst Brüllhorn ausmachen. Kannst schon mal zwei Pläne bereit machen. Brüllhorn kannst du auch ausmachen. Fährst da hin. Du gehst zum Gefangenentransporter zurück. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wo ist denn mein Sechster? Sieht auch wunderschön. Fahrzeug 20! Fahr mal da. mal bitte den Gruppenführer. Stellen mal dein Auto bitte... ...hier so in die Fluchtrichtung hin, ...dann prestll wir probieren. Handreifen. Fahrzeug 20! Kann sein Blaulicht auch ausmachen! Lassen können wir uns noch aussteigen und wieder einsteigen. Ist ja noch eine Tür kaputt, aber macht nix. Ja, eine Staffel reicht noch. Gut. Ja, ich seh das Volk auch. Ach, Mann. So, sehr schön. Boah, jetzt steht da noch ein Streifenwagen. Oh, leg mir doch die Tasche. Ich seh das Volk auch. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Ganz ja schon, du warst aufgelöst. So, du kannst ins Krankenhaus. Alles gut, keine Pol. Du kannst auf Route 3 gehen. Ja, ich seh das Volk auch, Mann. Geil. Ja, war nur geil. Ich glaub, irgendwie hab ich das Gefühl, dass hier gar keiner so wirklich langfährt, außer die Polizei. Also in die Richtung kann ich nicht. Muss schon einmal, ob es funktionieren. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Zwei Mann brüllen, als wären das tausend. Also ich glaub, ich gleich, wenn wir weg sind, Sound-Debug machen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ja, wie kann man drei Stunden lang Wir sind das Volk durchbrüllen? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Guck mal, nehm' ich gleich mal den hier. Auf dem Weg! Gut! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Dann brüllt er noch und dann muss ich, glaub' ich, das Sound-Debug-Button. Absetzen! Absetzen! Was geht's? Fang ihn! Auf dem Weg! Bin unterwegs! Boxing, boxing hart! Höre! 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 Dann tut er ja nix, oder? Höre! Höre! Schon unterwegs! Höre! Höre! Und auch Stump-Macken hier. Ich glaub's ja wohl. Wir sind das Volk! 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 Einmal Sound-Debug, ne? Einmal alle Sounds zurücksetzen. Boxing 3 Ähm... Sound-Debug. Sehr schön, alles ruhig. Gut! Dann könnt ihr allesamt abrücken. Status 2. 24. Status 2. Yankee! Status 2. Fahrzeug 20. 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 Du rückst direkt durch. Wo denn? Bin unterwegs! Ich brauch den Rüstwagen von der 2. Weil da ein Kran dran ist. Fahrzeug 16. Ganz permanent. 3. Auf den Weg! Fahrzeug 20. 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 Stell mal den Auto ein bisschen dichter ran, bitte. Ja, bin unterwegs. Du kannst da schon mal so machen. Auf dem Weg! So, ich brauch noch einen Rettungswagen. Rettungswagen-Notarzt, bitte. Mhm. 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 So, absetzen. Lass dein Blaulicht gerne an. Ja. So. Ja. Du, ähm, Schere. Du Kettensiegel. Ja. Was geht? Kannst du den rausschneiden? Ja. Jawohl. Das ist die Frage. Ja. Schon unterwegs. Machst du den Weg? Ja.